Das ist ein bisschen schwieriger beim Ausweichen. Wie der Typ halt nur am flirten ist. Und irgendwie auch am Beleidigen, weil es irgendwie... Der eine, der hochgeklärt hat, der so weggeflogen ist, Alter. Ah, okay. Alter, wow. Äh, Moment. Alter, das ist die... Irgendwas war gerade ganz, ganz merkwürdig. Äh, Steuerung verlangsamen. Äh, pff. Vielleicht so. Er heißt Carlos, wenn er dich nicht... Äh, ist das so? Müssen... Wenn du Carlos heißt, musst du Frauen rund um die Uhr anbaggern? Das ist sexistisch. So, ihr werdet gebrützelt. Die Frage ist... Haben sie das Passwort geändert? Weil... Oh, hier geht's hoch. Oh, ich glaube, ich war hier noch nicht. Ich muss kein Genie sein, sonst wüsst du gleich aufstehst, oder? Okay, wo komme ich denn? Aha. Okay. Ah, ja, alles klar. Äh. Dann... Oh, äh. Dich habe ich gerade noch so gesehen. Perfekt. Oh, Inventar ist voll. Aber ich kann es gleich kombinieren. Okay, fuck. Äh. Das ist nicht so... Schön gerade. Ich habe jetzt schon fast keinen Platz mehr im Inventar. Fuck. Ah ja, ich hoffe das Spiel... Ich weiß nicht. Ich habe das Spiel jetzt von der Helligkeit her an meinen Monitor angepasst. Ich hoffe mal, dass es jetzt für euch nicht zu dunkel ist. Aber ich denke mal, wenn... Hättet ihr wahrscheinlich schon was gesagt. Da, genau. Das ist... Das war relativ wichtig, weil... Die Save-Kombination kennt nicht mehr seine Frau. Es ist ein Geheimnis zwischen ihm und seiner wunderschönen Aquacure-Königin. Und ich will ganz ehrlich sein. Ich habe absolut keinen Plan, wo dieser Code ist. Ich weiß nur, dass ich mal ein Video von der Demo gesehen habe. Und ich glaube, ich... Und... Fuck. Ähm... Ähm... 9... 2... 8... dann war es vielleicht 938 ich weiß es nicht dann muss ich jetzt wohl doch das Passwort suchen die Aqua Cure Königin das ist weiß nicht ob das Bild was damit zu tun hat denkt man nicht Aqua Cure Königin wo finde ich denn sowas oh Munition die brauche ich gut das Gute ist dass Thomas zuschaut Thomas kann sich so ein Scheiß immer merken das heißt falls ich irgendwas übersehe du ich glaube du springst auf mich zu wenn mich nicht alles täuscht okay ich muss Psyche gotcha nein ach es war 937 nicht 938 okay gut 937 alles klar dann wollen wir doch eben nochmal zurück ich wollte schon wieder ausweichen weil ich bin in ihn rein ausgewichen ich bin so behindert äh ach komm gib mir mal gleich das grüne Kraut da dann nehmen wir das einzelne Kraut ich glaube das sollte reichen perfekt ist der Typ ist noch hier drin ja 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 ist er ah du kleine Bitch neun drei sieben okay perfekt ach nein nicht untersuchen kombinieren mit der Pistole und jetzt haben wir ein chilliges Rotpunktvisier ich weiß nicht ob das jetzt auch genauer ist oder ob es einfach nur für die Optik ist ich schätze mal es wird irgendeinen sinnvollen Perk haben aber jetzt wo wir das haben können wir äh in die wo müssen wir hin ich hab's vergessen ne da muss ne warte mal wo muss ich lang war ja nicht irgendwo eine Polizeistation oder bin ich behindert ah ich bin behindert ich hab's schon wieder verkackt oh mein Gott ich bin zu blöd um auszuweichen das hat glaube ich bisher jetzt einmal geklappt und das war ganz am Anfang vom 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 Spiel da hab ich's einmal geschafft fuck 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 okay äh 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 wisst ihr noch wie ich gesagt hab ich kenn den Part ich glaub das war anscheinend voll gelogen weil mir fehlt immer noch was fehlt mir ach verschwinden sie hallo ach das hier hier war ich gerade eben drin wo zum Teufel wo ist der Ding ich suche den 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 äh mir fällt das Wort nicht ein damit kann man Ketten kaputt schneiden Seitenschneider danke äh wo zum Teufel war der ey bro ich übe ich übe an dem jetzt ausweichen das kann doch nicht sein dass ich das jetzt hinkriege es funktioniert nicht ich ey scheiß drauf ich weiche einfach nicht aus sondern ich gehe einfach ganz normal an den vorbei warum auch immer warum ist es gerade nicht funktioniert ich kann es dir auch nicht erklären ist hier noch irgendwas ich glaube nicht oh das sind aber äh schön so dann kombinieren wir euch beide jetzt haben wir schon mal Shotgun Ammo und ich weiß dass die Shotgun da hinten drin ist aber wie gesagt dafür brauche ich immer noch den Seitenschneider und ich habe gerade ich weiß gerade nicht wo der ist wo war dieses Kack Ding kommen wir gerade leider echt nicht drauf oder lag der sogar hier auch ich habe ich vergessen so weil das ist der Feuerwehrschlauch den brauchen wir gleich das weiß ich so genau wenn alles im Bach runter geht schneidet ihr die Kette durch bla 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 holt euch die Shotgun hier ist die Shotgun ich weiß nicht mehr wo der Seitenschneider ist so bin mir jetzt tatsächlich sehr sehr unsicher und ich glaube hier kann ich noch nichts machen weil der genau weil der Strom noch nicht an ist haben die den Seitenschneider rausgenommen haben die den Seitenschneider aus der Demo woanders hingepackt oder bin ich gerade einfach nur wirklich blöd und weiß nicht wo der Seitenschneider liegt das macht mich gerade ein bisschen fertig okay das funktioniert so nicht weil ich meine nämlich dass da müsste glaube ich auch eine Kette vor sein genau die haben das wahrscheinlich echt umgebrochen hier okay gut dann beim Busel ja ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen davor gedrückt noch großartig weiterzumachen weil weil und jetzt kommt's äh wenn die das von der Demo oh toll Einschuss alter okay wenn die das von der Demo nicht geändert haben und ich da rausgehe kommt der scheißdings wieder dieser Tyrant und da habe ich weniger Bock drauf ich erinnere mich genau da war der Seitenschneider oh boy was zum Teufel ist das okay kann sich einer von euch daran erinnern wo ich das wo ich ein Juwel reinstecken könnte ach ja ich spiele übrigens auch normal das heißt ich brauche keine äh Tintenpatronen um zu speichern und ich kann jederzeit speichern äh oh man das ist mhm okay okay cool sie haben's von der Demo geändert er ist noch nicht da das freut mich ich hab jetzt ein bisschen ich hatte da gar keinen Bock drauf äh wo bin ich denn hier ach da bin ich okay dann lasst uns mal zuerst mit dem Schlauch das Feuer löschen ich glaube das ist das cleverste und ab da weiß ich dann auch nicht mehr wie es weiter geht weil da war die Demo zu Ende wobei wir auch schon rausgefunden haben die Demo war komplett anders wobei was ich jetzt gerne nochmal gucken würde was machen wir vorher äh irgendwo hier war ja glaube ich schon wieder der U-Bahn Eingang ne der war ja okay du hast mich erschrocken du kleine Ho du bist ich glaub's nicht den hab ich nicht gesehen ähm weil okay das Ausweichen ist einfach unmöglich in dem Spiel das ist so furchtbar ich weiß gar nicht wie ich das vorhin geschafft habe dass er so in Zeitlupe gegangen ist und so ein Kack aha nein das hat sich gelohnt ah das heißt es gibt noch drei von den Dingern okay gut wir ignorieren mal dass ich dafür jetzt zweimal gebissen wurde um das gerade zu schaffen ach ich hab voll viel Munition ich glaub ich werde nicht öfter vorbeikommen bist du jetzt tot? aber du wackelst nicht mehr also ich glaub du bist tot okay okay du bist auf jeden Fall tot und du bist irgendwie egal scheinbar da komm ich nicht rein okay äh gut okay dann schauen wir mal was uns da hinter der Tür erwarten wird das Feuer ist aus ich wette er kommt da durch die Wand ich hatte Unrecht na Gott sei Dank ah sieh mir einer an der er heißt übrigens Boisenschneider nicht Seitenschneider gut zu wissen oh dann rennen wir jetzt nochmal zurück und holen uns die Schott das erfahren wir gleich erstmal will ich meine Schottgun haben erstmal will ich die Schottgun damit würde ich mich wesentlich sicherer fühlen äh äh will ich da lang gehen dann haben wir schon mal zwei Waffen dann kann ich vielleicht sogar langsam das Messer wegpacken ach ja schon Tina hast recht der Seitenschneider ist das kleine Ding wo du so naja ja natürlich ich kam auf das Wort Bolzen irgendwie nicht meine gut wie oft benutzt man so ein Ding auch ne so ne ehrlich ich könnte mich gerade vertan haben aber ich glaube ich habe nicht genug Platz um die Schottgun mitzunehmen oh boah ich hätte ja so recht goddammit ähm ja äh 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 ich hoffe das war keine dumme Idee äh bank ok bin ich mir sicher was hier war aber hier wird bestimmt auch irgendwas Gutes sein du hast recht Thomas ja ich hätte ich hätte den anderen Batzen auf 60 aufstocken können du hast vollkommen recht äh 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 je da ist doch alles gut lebt da noch einer tatsächlich ok ich bin retarded ich hätte nachladen müssen Thomas das hast du nicht gesehen jetzt war wieder bei 59 Schuss das hat das hast du nicht gesehen Thomas ich fühle mich so von euch verurteilt und kritisiert und ah was zum was 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 haust du da eigentlich für für Emotes raus Patz oder was sind also immer gut klar die anderen beiden kenne ich was hast du da für ein E-Mode da jetzt gemacht was zum Teufel ah jo ok holy fuck vielleicht war er infiziert ja da ist da ist da ist sind so viele von euch tot was bist du uvcs bringt seine eigenen leute um er hätte sich verwandelt wo ist dein überlebensinstinkt geht zurück zur U-Bahn-Station wir brauchen kein Weiche wie dich das uns behindert ich war gerade ein bisschen perplex weil er sagt von wegen so viele von euch Stars sind tot während er einen seiner Männer umbringt bla 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 blablabla blablabla ok er trainiert viel cool ich schätze mal ich folge ihm einfach ich lasse mir doch von dem nicht sagen was ich zu tun um zu lassen so zum Teufel ok äh ist das in der Stadt normal dass du so Stromgeneratoren an jeder Ecke stehen hast auf die man schießen kann damit die Leute unter Schock gestellt werden ich finde es vor allem auch schön dass es so dass sie versuchen das irgendwie so in der in der Story mit zu etablieren so und wegen ok wir sind kein Videospiel die Generatoren stehen nicht darum um drauf geschossen zu werden sondern die Stadt hat Probleme mit Strom oh ok er hat sich erschossen cool jetzt nicht mehr ist das zeigen es hat nur einen erwischt 100 punkte für nix das ist so ein das mit diesen Kanal punkten muss ich mir auch nochmal ich weiß gar nicht wie das funktioniert aber anscheinend funktioniert das ohne dass ich irgendwas besonderes machen musste von daher ändere ich da jetzt nix dran oh wow ernsthaft ok dich habe ich gerade noch so gesehen äh muss diese Granaten glaube ich loswerden oh äh Doggy-san vielen Dank für dein Abo ich weiß nicht warum es schon wieder nicht funktioniert ich schätze mal ich muss gerade ganz kurz aus dem Spiel raustappen ich kann aus dem Spiel gerade ganz kurz nicht raustappen äh oh wow ich komme hier gar nicht raus anscheinend oh Gott jetzt hat es glaube ich gerade funktioniert warum auch immer was ist gerade passiert ich glaube es hat doch funktioniert also ey vielen Dank für dein Twitch Prime Abo ich freue mich sehr aber irgendwie ist das gerade alles delayed ich muss da mal echt mal reinschauen wie das äh wie das funzt ich komme auch gerade tatsächlich nicht mit meinem Streamlabs klar ich komme einfach nicht auf die Maus warum auch immer wo bin ich jetzt ich war komplett abgelenkt ja ist irgendwie alles sehr delayed und ich weiß nicht wieso wie kommt das ach hier bin ich gerade eben lang gegangen obwohl der der Chat ist aber sofort da ne der Chat kommt sofort das einzige was irgendwie delayed ist sind die Streamalerts warum auch immer was ist ein ditte alter mein Inventar ist voll das ist das